Top Plays Episode 6 Die dunkle Bedrohung Es war einmal im Jahr 2020 ein einsamer Sniper, der versuchte, seine Abonnenten mit unterhaltsamen Sniping-Content zu versorgen. Nachdem unzählige Sniper in den Modern Warfare-Kriegen fielen, in dem Sinne falsch geschrieben, geht das für seine Aufgabe immer, ach fuck, ich kann nicht mehr so schnell lesen, wie auch immer, 40 Sekunden Watch-Time klaue ich euch jetzt einfach mal. Like das Video, ähm, let's go! Jep, und an der Stelle hat es mich absolut zerrissen und ich habe mich sowas von auf die Fresse gepackt. Das werdet ihr heute nicht zu Gesicht bekommen, ein andermal vielleicht. Was geht, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer Top Plays Episode wieder diese Woche. Wir haben wieder richtig, richtig nice Trickshots, super nice Snipes, richtig geile Clips mit dabei. Allerdings, diese Woche mache ich nur 5 Top Clips, die besten 5 Clips diese Woche, weil die Einsendungen diese Woche nicht allzu zahlreich waren. Ich glaube, ich muss die Abstände ein bisschen vergrößern, damit ihr mehr Zeit habt zum Hitten. Von daher, lass uns anfangen. Mit Platz Nummer 5 ist Freezy mit einem AW-Trickshot. Ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat. Er springt da runter, swappt, swappt, doppelswappt, schießt und... Also, das war nicht mal der eigentliche Clip. Er holt da seinen komischen Staubsauger raus und dann springt er ab und macht nochmal, springt, puncht, schießt, schießt, bang, bang. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Das sah ziemlich lit aus. Ich habe von Trickshotten erst recht in AW, kein Plan. BO2 und so geht noch, aber auf jeden Fall ein richtig sicker Shot. In frei für alle müsste das gewesen sein mit der Atlas, mein Freund. Kommen wir zu Modern Warfare, Platz 4. Der gute alte Esko, hier mit der Car of Azir Cave. Holt zwei Leute, drei Leute und ganz entspannt. Holt hier den vierten, swappt zu AX50, holt da den fünften für den Five-On. Six on Swap zu einem Five-On. Und jetzt passt er auf, er guckt rechts, holt noch ein. Zack, geiler Clip. Zehn Leute hat er an dem Spot geholt, sehr nicer Clip, Esko. Kommen wir zu einem Old-Gang-Clip, weil ich mich sehr gefreut, dass der eingeschickt wurde. Der gute alte Yoda in BO2 mit der Ballista mit Ironside-Visier. Passiert hier ein, zwei Leute weg im Spawn. Da mal ein Headshot, hier mal ein Headshot. Holt da sich noch einen letzten Headshot und da noch einen zweiten. Lädt nach und jetzt passt auf, Alter, passt auf. Er geht hier rein, wird gechallenged, schießt einmal daneben, zack. Triple-Head-Colette zum Single. Schade, dass der bei White-Tax gesplittet war. Wirklich so, so schmerzhaft, aber so ein schöner Triple-Headshot-Colette mit Ironside. Super sicker Clip. Kommen wir zu Platz 2 ist Black Ops 4, der gute alte Just. Letztes Top-Place hat er auch ganz schön dominiert, Alter, war erster Platz. Holt hier ein, zwei Leute mit der Paladin auf dem Hacienda-Spot. Holt hier noch einen, muss nochmal reloaden, weil er weiß, dass gleich was Heftiges passiert. Holt hier ein, zwei, drei. Guckt dann in die andere Corner. Vier Boots, Triple-Colette für den Six-On. Almost ein 7-On, wenn der andere Kill noch ein bisschen länger on-screen gewesen wäre. Super geiler Clip, Just. Six-On-Colette-Ender sind immer richtig, richtig geile Clips. Und kommen wir zum letzten, beziehungsweise ersten Platz diese Woche. Das ist der Wolf, Wolf, Spread, Wolf, Wolfie. Ich nenne ihn Wolfie. Ich nenne ihn einfach Wolfie, okay. Mit der Locus auf fucking Frequency. Springt hier runter, holt sich einen. Dann guckt er in Spawn, Triple, Single, Split-Six-On, Six-On-Times-Two. Mit der Locus, schade, was nicht Game-Ener gewesen wäre. Also so eines normalen Call-of-Duties sozusagen. Schade, 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 aber so ein sicker Clip. Wirklich Six-On-Times-Two mit der Locus. Richtig geiler Clip im B4, auch wenn es SL ist. Sehr, sehr nice. Jungs, ich hoffe, euch hat die Woche in den Top-Plates gefallen. Lasst einen Like da, wir hören uns die Tage. Peace! Outro